Musik Als ÖVP-Obmann ist mir die Jugendarbeit ein besonderes Anliegen. Ich bin stolz darauf, dass wir 15 Kandidaten im Gemeinderatsteam haben, die unter 30 Jahre alt sind. Ich den Ernst Lehner als Person kennengelernt habe, der auf Jugendliche zugeht, mit Jugendlichen redet und mit Jugendlichen gut kann und deswegen unterstütze ich das Team Ernst Lehner. Ich mache im Team Ernst Lehner mit, weil ich das einfach super finde, wie schnell gute Ideen gemeinsam umgesetzt werden. Ich engagiere mich im Team Ernst Lehner deswegen, weil ich mich einfach aktiv in die Gemeinderatarbeit mit einbringen möchte. Ich bin seit sechs Jahren Gemeinderätin und Jugendreferentin und habe schon einige Ideen wie die Jugendaktivwoche, wie das Jugendtaxi mit den Ernst Lehnern gemeinsam umgesetzt und das motiviert einfach zur Weiterarbeit, weil Ideen gibt es noch viel und die möchte ich gemeinsam umsetzen. Ich bin im Team Ernst Lehner, weil ich aktiv für die Jugendlichen in unserem Ort etwas machen will. Ich setze mich im Team Ernst Lehner ein, weil ich die Anliegen junger Katzdorfer vertreten und ein aktives Miteinander fördern will. Ich mache im Team Ernst Lehner mit, weil ich es wichtig finde, dass sich die Jugendlichen in die Politik mit einbringen. Weil es für mich von der Gemeinschaft und von der Teamfähigkeit das Beste für Katzdorf ist. Ich mache auch im Team Ernst Lehner mit, weil mit ihm die besten Köpfe für Katzdorf vorwarten und die besten Ideen umgesetzt werden. Es toll ist, sich Ziele zu setzen und auch zu erreichen. Ernst Lehner gibt uns die Möglichkeit dazu. Ich sehe zwei für einen Jugendraum mit Betreuung, damit die Jugendlichen einen ordentlichen Treffpunkt haben und auch gemeinsam Projekte arbeiten können. Es wäre toll, eine Stelle entlang der Gusen für ein Flussbad zu finden. Ein Flussbad wäre die ideale Möglichkeit für Jugendliche, die Zeit in der Natur miteinander zu verbringen. Die Gemeinschaft und die gegenseitige Hilfe, die man in Vereinen kennenlernt, ist für jeden Jugendlichen wichtig. Deswegen bin ich dafür, dass die Gemeinde genau solche Institutionen unterstützt. Ich setze mich dafür ein, dass für Katzdorfer Jugendliche leistbare Mitwohnungen errichtet werden sollten. Ja, ich persönlich setze mich ein für die Erweiterung der Jugendaktivwoche. Weil ich bin der Meinung, dass Jugendliche ja auch Ferien haben und da deshalb bei Projekten mitarbeiten können und einfach ein Ferienangebot in Anspruch nehmen können. Für Jugendliche fahren gerne einen Vorrad, deshalb setze ich mich im Team Ernst Lehner für mehr Vorradwege in Katzdorf ein. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es einen gedruckten Jugendwegweiser gibt, damit die Katzdorfer Jugendlichen nachlesen können, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich werde mich gemeinsam mit unserem Team dafür einsetzen, dass es in unserem zukünftigen Jugendtraum neben Fun- und Action auch eine gute, kompetente Beratungsstelle gibt. In Katzdorf gibt es viele Freizeitangebote für Burschen. Ich setze mich in Zukunft dafür ein, dass es mehr Freizeitangebote für Mädchen gibt. Rund ein Drittel unseres Teams ist unter 30 Jahren alt. Sie haben sehr gute Ideen schon eingebracht bei der Programmgestaltung. Wir werden uns bemühen und ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass wir diese Ideen umsetzen. Und es macht mir persönlich eine sehr große Freude, mit der Jugend zu arbeiten, denn die Jugend ist unsere Zukunft.